Untertitelung des ZDF, 2020 Kurz vor ihrem Tod erfuhr Mama, dass der Namenlose noch lebt. Er hat jetzt viel Kohle. Hör auf damit! Wir haben keinen Vater, vergiss es! Bitte lass uns nach Thessaloniki fahren, jetzt oder nie. Odi, lass uns da hin, du wirst bei Griegs da leicht gewinnen. Wie Jenny gesagt hat, dann holen wir vom Namenlosen das Geld, das uns zusteht und die Stadtbürgerschaft. Mann, wie geil, Rumore. Wie hast du das geholt? Das kann ich nicht glauben. Wieso, fragst du? Erinnerst du dich nicht an deinen Vater? Ich erinnere mich schon. Das ist völlig unmöglich, du warst zweihundert. Was willst du noch? Ihr Ehemann, Lev Teres Christopoulos, ist mein Vater. Der biologische Vater. Das ist er, Odi, das ist er! Hast du das geschworen oder nicht geschworen? Hast du das gesagt? Ich hab auf dich gewartet. Rede! Mach das Maul auf! Mach das Maul auf! Aber geile Hütte.